Herzlich Willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Namaste zu unserem Tagesimpuls vom 15.04. Dann schauen wir uns die Siegel des heutigen Tages an. Das erste Siegel ist Lemati, das zweite Siegel ist Anina und das dritte Siegel des heutigen Tages ist Anada. Oh, wie schön. Ja, es ist wirklich wieder so eine enge Fortsetzung auch von den letzten Tagen. Das ist wirklich ganz, ganz spannend. Ja, Lemati ist das göttliche Urvertrauen, Anada ist das menschliche Urvertrauen und Anina hilft uns dabei, das höchste Potenzial unserer Seele zu erden. Also heute ist wirklich Erdung, ja, unseres Urvertrauens, Erdung unseres höchsten Potenzials das, was eben auf dem Programm steht. Ja, Lemati hilft uns dabei, wirklich dieses Vertrauen in das Göttliche zu erden. Und wenn unser göttliches Urvertrauen verletzt worden ist, wenn wir kein göttliches Urvertrauen haben, dann haben wir auch kein Urvertrauen in die Erde und in die Menschen. Und deswegen ist das nochmal eine Spur tiefer, was diese ganze Thematik anbelangt. Ja, da geht es meistens wirklich weit zurück, was diese Verletzungen anbelangt, jenseits dieses Lebens. Und das bedeutet immer dann, wenn wir eben in unserer Spiritualität, in unserem Gottvertrauen, in unserem Vertrauen auf unsere innere Stimme, kann man sagen, verletzt worden sind, dann ist das Urvertrauen oftmals das, was eben verloren gegangen ist. Und ja, heute möchte ich einfach einen Tag gestalten oder zu einem Tag einladen, in dem wir wirklich das menschliche und das göttliche Urvertrauen, alle Aspekte von Urvertrauen, die irgendein Wesen auf diesem Planeten verloren hat, wirklich diese Seelenrückführung einleiten, auf das wirklich das höchste Potenzial eines jeden Menschen auf die Erde kommen kann. Und das kann eben dann auf die Erde kommen, wenn wir im Körper sind, wenn wir anwesend sind. Und Lemati lädt uns eben dazu ein, diese Aspekte des verletzten göttlichen Urvertrauens zu heilen oder tut das auch und eben Platz zu nehmen in unserer Spiritualität, in unserer Göttlichkeit, in unserem spirituellen Herzen, in unserem Thymus-Chakra. Unser Thymus-Chakra ist unser höheres Herz-Chakra. Thymus-Chakra, sagt man ja auch, ist das Immunsystem so wichtig. Und unser Thymus-Chakra ist quasi das Immunsystem unserer Aura und ist somit ein Riesenschutzschild, auch wenn wir in diesem Urvertrauen geborgen sind, in diesem göttlichen Urvertrauen. Wenn wir wirklich Urvertrauen haben und in dieser Präsenz sind, ja, ich weiß, ich kann eben nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Wenn ich in dieser Präsenz, in dieser Energie bin, dann bin ich viel unangreifbarer für alle Nachrichten, für all das, was in der äußeren Welt geschieht, wie wenn ich denke, boah, wie kann Gott das zulassen? Ja, dann fehlt eben das göttliche Urvertrauen. Und Lemati schenkt uns eben genau dieses göttliche Urvertrauen. Ja, und mit Anina dürfen wir dieses göttliche Urvertrauen, ja, dieses Vertrauen, dass Gott in mir ist, dass ich Gott bin und dass dieses Potenzial, wenn ich Gott bin, unendlich groß ist. Es ist die Antwort auf alles. Es ist unsteigerbar gut. Wenn wir sagen, es ist etwas göttlich, dann meinen wir, es ist vollkommen. Es geht nicht mehr besser. Es ist fehlerfrei. Ja, und dieses Potenzial ist in uns. Die Antwort auf alle Fragen, einfach vollumfänglich alles. Und das dürfen wir mit der Hilfe von Anina wirklich auf die Erde bringen und dafür gehen, es angehen, uns dem stellen, ja, dass es so ist, ja, das Feiern, das mit den Menschen teilen, das Leben. Und all das, was dem eben im Wege steht, ist auch wiederum ein wunderbares Geschenk von Anina, wird aus unserem gesamten Feld gereinigt. Ja, Anina ist die göttliche Urkraft, das vollkommene Licht in freudiger Verschmelzung mit dem Kosmos. Das heißt, dein Seelenbewusstsein inkarniert vollumfänglich. Ein neuer Stern wird geboren und zwar du, weil du es erkennst. Ja, und wenn dieses göttliche Urvertrauen, ja, wirklich Einzug hält in diesen Stern, mit diesem Stern geboren wird, der du bist, mit diesem göttlichen Stern, ja, und zwar auf der Erde, dann haben wir mit Anina wirklich in diesem Leben, dass wir gerade eben wie einen Film spielen, ja, auf dem wir unseren Fokus haben, wirklich so ein Gefühl von Sicherheit, von Geborgenheit, von Fülle, ja, von Manifestationskraft, weil wir wirklich mit allen Aspekten inkarnieren, die wir sind, mit allen Aspekten und in der Bewusstheit dessen, wer wir sind, ein göttlicher Stern, ein göttlicher Funkel, ja, ein göttliches Wesen in einem physischen Körper hier auf der Erde landen. Und dieses Bewusstsein bringen wir in dem Moment der Erdung auf den Planeten in unser Leben und in das Leben des großen Ganzen. Und in der Erdung, das Strom, der Strom braucht immer eine Erdung und es braucht die Erdung, es braucht das Zuhause sein im Körper, es braucht das Zuhause sein in dir, um jegliche Manifestation zu realisieren. Ja, ein Paket kann immer nur dann ausgeliefert werden, wenn jemand zu Hause ist, der dem Boten die Tür öffnet. Und das dabei hilft uns an Nada, dass eben all diese Geschenke, das göttliche Urvertrauen, der Stern, der auf die Erde kommen möchte, wirklich einen Platz findet, an dem er wirklich ankern kann. Ja, und dieses Urvertrauen ist unser größter Schutz, den wir uns vorstellen können, weil wir wissen alle nicht, was morgen ist. Aber ich sage immer, ich weiß, woher ich komme und ich weiß, wohin ich gehe. Ja, und es ist gar nicht so entscheidend, wann ich gehe und wann ich vielleicht wiederkomme. Entscheidend ist, dass es, wenn wir unseren Blick von oben darauf richten, dass wir verstehen, es ist einfach nur einen Film, den wir vielleicht im Moment gerade anschauen. Und ich kann den Film wechseln, indem ich vielleicht das Programm von Zweifel und Angst auf Vertrauen umswitche. Und das ist immer eine Wahl. Ja, Vertrauen ist letzten Endes eine Wahl, genau wie der Zweifel. Und wenn wir eben die Fähigkeit zu vertrauen verloren haben, dadurch, dass Teile der Seele verloren gegangen sind und dann fehlen Fähigkeiten und unter Umständen fehlt das göttliche Urvertrauen und damit das menschliche Urvertrauen, dann müssen wir diese zurückholen, damit wir eben wieder in der Lage sind, dem Leben zu vertrauen, dem Göttlichen zu vertrauen und unser Stern, unser kosmischer Stern geboren werden kann. Und heute möchte ich gerne mit allen lieben Verbundenen ein Heilungsfeld erzeugen, der Seelenrückführung für alle verloren gegangenen Urvertrauen, die irgendwo unterwegs sind und die gerne nach Hause möchten und in die Einheit mit deiner Seele kommen möchten, mit der Seele, der es eben fehlt. Und dieses Bewusstseinsfeld der Heilung des Urvertrauens, das möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen initiieren. OM LEM MATI OM MANINA OM MANADA OM LEM MATI OM MANINA OM MANADA OM LEM MATI OM MANINA OM MANADA Ich wünsche dir einen Tag voller Urvertrauen. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Sieger erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde heiler mit kleinem oder großem Haar. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs, warum die Dinge so sind, wie sie sind, kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.